Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play BW Folge 92 die Vorbereitung für die Schabenwälder. So die Teche aufgeräumt haben wir ja schon. Wir gehen mal kurz zur Bank und gucken ob wir da noch was draufschmeißen können. Gegebenenfalls mitnehmen können. Was wir eventuell brauchen könnten für den Ausflug in die Schabenwelt. Da sind wir fast schon, äh, unglaublich oder? Da sind wir fast schon, äh, 60. So klein angefangen. Hm, nicht wirklich. Liegt hier noch rum? Auch nix tolles. Na, würde ich sagen, erstmal zum Lehrer. Irgendwann sind wir dann auch 70. Na, es wird gut. Oh, nein. Das war nicht gut. Ah, die sind nicht mehr irgendwo in den Ausgang. Man tut ja sonst nix. Manchmal fragen wir ein paar, ob es da irgendwelche Hintergründe gibt oder ob die sich nichts dabei so denken. Ne, die Kinder, die da so rumstehen. Hm, immer noch kralle Klinger beim Suchen. Ich hätte irgendwann keinen Bock mehr. Der ist ja schon, gefühlt hat eine Stunde oder anderthalb Stunden am Suchen. Oder der sucht immer wieder. Weil ich sehe das ja ab und zu nur. Dass du dann da durchfädst. Wenn sich die nächste Gruppe krallt und dann wieder da durchfädst. Vielleicht will der ja irgendwas haben daraus. Oder das war eben jemand anderes. Ich wusste, dass du genossen. Wir kommen, wir kommen. Ah. Sprengfall, Sprengfall, Sprengfall war das ja immer drin glaube ich. Sprengfall, Sprengfall war das ja immer, glaub ich... Sprengfall. es gibt dann geht so kann sagen gehen wir da noch zu uns was aber das aktion soll sich ja noch gar nicht dass wir nach vorne gehen zum aufgerückt die ersten question der scharmen welt die ersten scharmen welt items doch das wird schön das wird schön naja großartig viel vorbereitung haben wir jetzt nicht gehabt aber der flug wie gesagt werde ich euch ersparen strom girl ach so ein druide kann ich mal gucken ob sie was da es gibt jetzt paar gegenstände wo es eigentlich unsinnig ist verschiedenes verbrauchbares verschiedene rezepte koch auch küche die handwerke und zwar wollte ich gucken das ist ein trinken trink elixir ist das ein elixir elixir ja kann ich auch herstellen aber ja das ist gut die kann ich auch schon herstellen ich werde jetzt was macht und die und die ich kann ja auch schon trinken sehr gut das heißt es wird sich ein paar herstellen das werde ich auch versuchen zu tun und der aufbruch in die scharmen welt manchmal so sind in slow motion land die so ich weiß gar nicht ob ich den flugpunkt dahin habe nein ich habe ihn natürlich nicht das heißt wir müssen dahin und dann laufen wie elendig ich werde es euch ersparen 150 ne ich werde es euch ersparen und sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn es heißt let's play ww und zwar vorm dunklen portal vielleicht auch mal trinken unter den taschen man weiß es nicht wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten folge lasst ein abo da und lasst einen daumen nach oben da auch wenn es eine kurze folge war aber wie gesagt war ja nur die vorbereitung für die schärmen welt wir sehen uns auf wieder gesehen